der peter lustig hat mir eine persönliche pn geschickt das problem bei dieser pn ist ich sehe den absender nicht also möchte ich ihm antworten geht das nicht ja dann kommt die e mail zurück deswegen meine bitte an euch wenn ihr irgendwas habt bitte unten in die infobox reinschreiben und keine pn oder eine pn schicken mit e mail absender ja das klappt ich weiß nicht wie das behandeln ist bei mir klappt das nicht ich bekomme da kein absender und zwar war die frage von peter lustig ob die blauen leds im meerwasser aquarium negative auswirkungen auf die korallen haben das haben sie nicht das haben sie eigentlich so viel ich weiß nirgendwo denn ich kenne auch meerwasser aquarien die haben fast nur blaue leds und also das ganze aquarium tiefs blau und dadurch leuchten die korallen sehr schön ja und die fische auch das ist halt geschmackssache aber wachsen tun die korallen überall gleich also ich wüsste jetzt kein aquarium wo sagt das zu viel blau drin und die wachsen nicht also hier meine antwort peter lustig und wenn die frage noch wie gesagt bitte in die infobox und sonst kann ich euch nicht antworten bis dann macht's gut und tschau